Mein Plan ist im Ar... Ja, ich habe ja groß angekündigt mit der Reverse Diet hier und langsamer Aufbau ab dem 1. November, aber es läuft eben nicht immer alles nach Plan. Denn zum Beispiel bei der Reverse Diet, wo ich Stück für Stück meine Kalorien weiter angehoben habe, um eben dann in den Aufbau zu gehen, kam es zu Fressattacken. Und obwohl ich eben mehr Kalorien zur Verfügung hatte, konnte ich einfach nicht aufhören zu essen und war jedes Mal drüber. Also anstatt meine 2.300 bis 2.500 Kalorien zu essen, habe ich tatsächlich wirklich gefühlt jeden Tag um die 3.000 Kalorien zu mir genommen, eventuell sogar mehr. Ich hatte sogar einen Abend, an dem ich eigentlich schon perfekt meine Kalorien und Makos getroffen hatte, also eigentlich nichts mehr essen durfte in dem Sinne. Und trotzdem habe ich mir dann innerhalb von zwei Stunden einen Jumbo-Döner und einen normalen Döner reingehauen. Das sind doch locker auch normal 1.700 Kalorien. Einfach so, weil ich einfach Bock auf Fressen hatte. Und ja, das stand eigentlich nicht in meinem Plan. Wie erwähnt, sollte ja eigentlich mein Aufbau schon ab dem 1. November beginnen, aber ich habe da Corona bekommen und sitze jetzt in Quarantäne. Deswegen konnte ich natürlich auch nicht im Gym trainieren, nur zu Hause. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Motivation, da zu Hause Liegestütze zu machen, weil es einfach schwierig ist, bestimmte Muskelgruppen zu trainieren, zum Beispiel den Rücken, wenn du keine Klimmzugstange oder sonstigem hast. Was natürlich geht, sind Brust, Trizeps und vielleicht Schultern auch noch. Das ist eigentlich ganz gut. Aber so zum Beispiel auch Beine zu trainieren, da habe ich ehrlich gesagt auch keine Motivation. Und dementsprechend habe ich natürlich jetzt noch noch mehr gefressen in Quarantäne. Besonders sehr viele Süßigkeiten. Ich glaube, ich habe jeden Tag um die 800 bis 1000 Kalorien nur durch Süßigkeiten gegessen. Und dann natürlich dann auch das Training geskippt, jeden Tag. Also werde ich nächste Woche mit zwei Wochen Verzögerung und mit zwei Kilo mehr auf den Rippen meinen Aufbau starten. Denn durch die Eskapaden in der Reverse Slide und durch die Quarantäne habe ich eben eineinhalb bis zwei Kilo zugenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht nur reines Fett, aber dennoch habe ich eben eineinhalb bis zwei Kilo zugenommen. Und daran lässt sich jetzt halt nichts mehr ändern. Und ich möchte ja stets positiv in die Zukunft blicken. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich jetzt im Aufbau, also sobald ich dann aus der Quarantäne wieder entlassen bin und wieder ganz normal trainieren kann, dass ich mich dementsprechend auch ernähre. Das heißt, keine Eskapaden, mein Kalorienziel treffen, also die 2700 Kalorien, die eigentlich geplant waren, mein Eiweißgehalt abdecken, was ich eigentlich eh immer schaffe. Und eben keine Ausreißer und dabei noch das Training richtig durchziehen. Nee, ich habe schon wirklich richtig Bock. Vielleicht war das eben noch ein Motivationsschub mehr, diese Quarantäne jetzt zwei Wochen nicht zu machen. Aber auf jeden Fall vertraut mir, die nächsten Videos in den nächsten Wochen werden brutal. Ich werde auf jeden Fall meine Form filmen. Ich werde alles zeigen und natürlich dann hoffen, dass ich richtig aufbaue. Und mit eurer Unterstützung glaube ich, dass wir da auf jeden Fall ein richtig geiles Videoprojekt draus machen können. Dieses Video dient eigentlich nur zur Information, dass auch ich mit Heizhunger zu kämpfen habe, was eigentlich vielen Leuten so geht. Und selbst da sollte man eigentlich, auch wenn es blöd klingt, ganz normal weitermachen, wenn man mal eine Heizhungerattacke hatte. Bei vielen ist es halt dann eben im Gedanken, jetzt erst recht, also jetzt muss ich eben erst recht die Kalorien vom Vortag, die man sich sozusagen reingeschaufelt hat, verbrennen durch 50.000 Schritte, durch 5 Stunden Cardio, durch 8 Stunden Krafttraining. Und daran kann man sich schnell verbeißen. Deswegen bitte ganz normal weitermachen, selbst wenn eine Heizhungerattacke hattest. Oder wenn du so wie ich zwei Wochen lang keine Kalorien getrackt hast, wahrscheinlich jedes Mal drüber warst und keinen Sport gemacht hast. Trotzdem, ab jetzt geht es ganz normal weiter. Und die nächsten Wochen werden brutal. Deswegen auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du keine Videos mehr. Und ich hoffe, du hast eben auch so Bock auf diese Reise. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, hau rein. Ciao.